Musik Du, soll man dich mitnehmen nach Deutschland, ne? Wie wär's? Bonjour ihr Lieben, ich grüße euch aus Frankreich. Ich bin in den letzten Tagen gemeinsam mit meinem Freund hier nach Südfrankreich gefahren und das Ganze hatte auch einen sehr guten Grund. Vielleicht erinnert ihr euch daran, dass ich im Sommer ein Kunstwerk gemalt habe im Erzgebirge in einer Waldhütte. Und das Kunstwerk heißt der Pflanzenkosmos und dieses Kunstwerk war für meine Freunde hier in Südfrankreich bestimmt. Musik Die zwei haben sich hier südlich von Bordeaux in einer wunderschönen Weingegend ihren Traum von einem Ökohaus erfüllt. Und ja, wir haben ein Ökohaus gebaut, es ist wunderschön und ja, ich könnte jetzt stundenlang davon erzählen, wie sie hier ihrer Vision folgen, dem Konzept von einem autarken Leben mit der Natur. Ja, sie produzieren ihre eigene Energie und bauen ihr Gemüse an und filtern Wasser, Regenwasser. Und das ist so, so spannend. Also wenn ihr möchtet, kann ich gerne nochmal ein Video dazu drehen, um euch da noch ein bisschen mehr zu erzählen. Und ursprünglich war die Idee, dass ich das Kunstwerk mit der Post sende, in einer Tube eingerollt. Und das ging leider nicht, denn das Kunstwerk ist viel zu groß. Dafür hat jedenfalls DAL gesagt. Und geplant war, dass wir mit dem Flugzeug nach Frankreich reisen. Ich wollte gerade Peru sagen. Aber ja, EasyJet hat unsere Flüge gestrichen und da haben wir lange hin und her überlegt, ja, wie können wir jetzt unsere Freunde besuchen? Ist es überhaupt so eine gute Idee jetzt in diesen Zeiten? Wir wollten aber auch unbedingt, dass das Kunstwerk hierher kommt und seinen Platz findet. Und dann haben Robin und ich, also Robin ist mein Freund, wir haben dann beschlossen, dass wir mit dem Auto fahren. Und das haben wir jetzt auch getan. Wir sind fast 2000 Kilometer gefahren durch drei Länder, haben unfassbar viele Mautstellen passiert. Oh, frustrierend, sage ich euch hier in Frankreich. Okay, naja, wir haben es auf jeden Fall hergeschafft und heute war der große Tag. Wir haben das Leinwandbild aus der Tube rausgeholt, ausgerollt. Ich habe den Keilrahmen neu gebaut und dann haben wir das Bild aufgespannt und aufgehangen. Und, oh, das war so ein toller Moment und ich bin so glücklich, dass der Pflanzenkosmos seinen Platz hier in Südfrankreich gefunden hat. Ich habe es ja entstanden im Erzgebirge und nach Südfrankreich gereist. Eine sehr, sehr lange künstlerische Reise, aber auch im wahrsten Sinne des Wortes eine Reise durch Europa. Und alle sind super happy. Ich verlebe hier gerade wunderschöne Tage mit meinen Freunden und mit Robin. Wir trinken sehr viel guten Wein und essen sehr, sehr gutes, gesundes Essen hier in Südfrankreich. Und sind einfach happy und lassen uns von der Vision von einem nachhaltigen Leben inspirieren. Es gibt so viel zu lernen und zu erfahren über Permakultur, Anbau von Obst und Gemüse. Und, ja, wie man einfach in Harmonie und im Einklang mit der Natur lebt. Und ich hoffe, dass ich euch auch ein bisschen dafür inspirieren kann. Ja, vielen Dank. Ganz liebe Grüße noch aus Frankreich. Bisous, bisous, à tout à l'heure. Bisous, 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 bisous.